Hallo mein lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Polskiplan, oder wie Dacabo das nennen würde. Wir haben hier mal eine Stimme bei unserer Diskussion über mein neues Felder und mein neues Baugrundstück. Und wir haben wieder festgestellt, dass hier nur Rassistische sind. Nur Rassisten. Wir haben hier als Ausländer keine Privilegien, wir werden nur noch verarscht. Kann nichts sein, ich habe keine Probleme. Du nicht, ja. Ja, aber kein Problem. Da schaute deine Rechnung. Ich pass jetzt auch nicht, aber ich werde mich mal mit Frau Pfahl mal so eine vier Augen machen. Meine Rechnung ist da. Ich werde heute 34.000 Taken. Für was denn, wenn ich fragen darf? Ja, für die Gebühr und Grundstück scheiße. Sind da Steuern und Gebühren? Ne, Mann. Das Grundstück wurde auch schon abgezogen. Ja, dann recht. Kein Mann, die Ehrlichen, glaube ich. Ja, und dann immer, oder? Ja, klar. Ja. Passt. Ich komme gleich wieder. Ja, du weißt ja, wo du weitermachen musst, ne? Ja, ja. Wie gesagt, wenn er irgendwann kommt, dir irgendwas in meinem Auftrag oder so, dann etwas mit Schalt, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin gerade hier in Sonnenblumenernte stark verfangen. Deswegen, ich musste gerade dein Feld abdreschen. Ganz wichtig stand extra drin, das wegen dir kaufen und so. Ich muss deswegen da abmachen. Oh. Weil da darf keine Ernte drauf sein, wenn man verkauft. Ich hatte auch noch irgendwo was mit... Weiß ich nicht. Hattest du noch mal Sonnenblumen irgendwo? Ich hatte da irgendwo Sonnenblumen. Ja, ein Feld haben wir schon weggemacht. Nicht noch irgendwo Sonnenblumen. Keine Ahnung. Das sind deine Felder. Nix, nix meine. Äh, Sonnenblumen. Aber wir sind wahrscheinlich schon nicht erntereif, ne? Äh, 81 vielleicht. Ne, ihr seid nicht fertig. Da siehst du. Sag Bescheid, wenn fertig. Ich habe hier noch genug zu tun. Ich habe noch acht Aufträge hintereinander jetzt abzuarbeiten. Ja, okay. Mach dir Bescheid. Weißt du Bescheid. Alles klar. Hau rein, ne? Hohle Schlaffeln. Mein Diesel ist nicht billig. Ja, ja. Drescher läuft schon die ganze Zeit. Okay, alles klar. Ja, ciao. Ciao. So. Dann können wir jetzt endlich hier dieses Feld anfangen zu dreschen. Achso, ankoppeln müssen wir noch alles. Sind wir von abgekommen. Beim Reden und Quatschen hier mit dem Geier und so. Natürlich habe ich Zugang zu diesem Land. Und ich habe Zugang zu jedem Land. Das Lohnunternehmen hat immer das. Ja, guck. Wir hatten Geier falsche Daten angegeben. Und schon wird teuer in Pollen. Weil irgendwie muss man hat der Fall und die Stadt ja auch Geld machen. Und das geht nur, wenn man das dann so macht, dass die Leute das falsch anmelden. Und dann sagt man ganz schnell, ups, ist es so passiert. So. Machen wir mal hier noch drum zu. Das Feld ist ganz schön eckig, habe ich vorhin schon gesehen. Diese Kurwa ist, äh, kleine Ecke hier vorne, muss viele Wände und so. Aber zum Glück ist hier Straße und wir können auf Straße drauf fahren. Okay. Den lassen wir eben, nein, den lassen wir nicht durch. Wir fahren weiter hier. Wir fahren auch direkt hier wieder zurück. Wir fahren nicht quer, das machen wir nicht. Wir fahren so hier durch. Vorsicht mit Stein und so. Ja, ist gut, weil Kacke fällt hier, muss ich sagen. Wir machen hier vorne was weg und dann da was weg. Wir fahren hier erstmal so ein bisschen vor. Oder einmal durch. Können wir auch machen. Wir können hier dieses Feld dreschen, wie wir wollen. Nix gerade so, nix. Alles krumm und schief hier. Guck mal hier, die quatschen hier noch. Die beiden. So, machen wir jetzt. Wir machen hinten einmal durchstechen, einmal durchfahren. Irgendwie müssen wir ja gucken, dass wir hier klarkommen. Das ist schon wirklich ein krummes Feld für diese Drescher. Diese Drescher ist schon zu groß dafür. Aber, wir müssen da durch. Wir können nix anderes machen. Kurva, da habe ich schon wieder was stehen lassen. Mann, 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 Mann. Das ist ja mehr als mir lieb ist, mit stehen lassen hier. Heute bei diesem Feld fahren wir wirklich kreuz und quer. Und nix ist uns schwer. Cool, das reimt sich sogar. Und wie ihr wisst, was sich reimt, ist gut. Wer hat das immer gesagt? Genau, der Pumuckl. So. Kurzes Stück hier immer rechts, links wenden. Das ist hier wirklich ein Chaos Feld. Ich habe hier überall durchgemäht. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Das sieht grausam aus. Und dann ist ja auch noch eine leichte Strecke drin. So, machen wir einfach hier weiter das Stück. Muss ich noch Autos durchlassen? Kurva, das geht nicht. So, jetzt können wir einmal hier wieder durchstechen. Und dann haben wir wesentlich mehr Platz zum Wenden. So, kurva. So, kurva. So, jetzt können wir einmal hier oben. Aber da kann ich gar nicht fahren, das ist ja auch. Und dann können wir fahren. Und dann können wir sehen, woher es geht. Ich bin wieder da, Christoph. Oh, super. Hast du fertig gequatscht, oder was? Ja, ja, ja. Rotter ist, glaube ich, ein guter Mann. Kein guter? Ein guter. Ach, ein guter. Ich dachte, kein guter. Also besser als Geier. Ich habe Geld 80 gekauft und Gebühren und alles. 1,1 Millionen. Und ich habe gesagt, ja. Ich wollte ein Geier 1,5. Hat Geier das jetzt bezahlt, oder wer? Natürlich. Otto über Geier. Otto für Geier. Alles klar. Gut, du weißt Bescheid. Also, ich glaube, ich werde Geschäfte nur mit Otto machen. Ja, mach das, mach das, glaube ich, besser. Viel besser. Ist ein guter Mann. Ja. Du hast noch Platz? Ja, ich habe 30% in meiner Thresher. Aber guck nicht, wie ich fahre. Dieses Feld ist so krumm, ne? Und das geht gar nicht. Es ist eine Katastrophe. Katastrophe, wirklich, ey. Hier fährst du nur am Wend bist du. Deswegen fahre ich so, wie ich kann. Fahre ich hier durch und... Komm mal zurück. Bleib mal im Funk. Schreiß doch mal. Ich lasse mal stehen. Ja, ja, ich komme zurück, ne? Bist du ja nicht hinter mir? Ne, ne, es steht auf der Seite. Okay. Alles klar. Muss man schon ledigen. Ja, bis gleich mal. Ich bin... Ich weiß, wo du bist. Ich bleib im Funk. Ich bin erreichbar. Okay. Im Funk bin ich. Ja, ja, hast du ja gerade schon gesagt. Ah ja. Ja, ja. So. Jetzt können wir endlich mal Kurve fahren hier. Einmal gerade und schon ist es wieder zu Ende, das Stück. Es bleibt gar nicht mehr, wie ich hier fahren soll, ohne dass ich hier irgendwie alles Diagonal mache hier. So, jetzt fahren wir rechts runter. Ist hier wirklich krumme Feld, wirklich. Nie wieder das Feld. Also ich selber kaufe in diesem Feld, nein. Es ist schon gut, dass es das der Kunde gibt. Ja, du brauchst den Sprung. Aber das Feld lehrt sich. Ich bin auch froh, wenn ich dieses Feld fertig habe. Ehrlich. Ja, kurwa. Man muss zurücksetzen. Gut, dann müssen wir doch gleich einmal nochmal fahren. Wir gehen nicht mit. Der ist mehr, wie ich dachte. Aber ist okay. Okay, wir können so dann in die eine Ecke starten wieder. Gut, aber hier hat er auch was stehen lassen. Nicht gut. Nehmen wir hier vorne die auch noch. So, und überall wo wir zweimal rumgefahren sind, können wir endlich auch drehen, vernünftig. Guck mal, da hinten fährt Geier mit Pflug. Guck mal, da hinten fährt Geier mit Pflug. Noch mal, da hinten fährt Geier mit Pflug. Ja, nochmal zurückfahren hier. Musst du wegen dem Baum ausscheren. Guck mal, da hinten fährt Geier mit Pflug. Ja, mal, da hinten fährt Geier mit Pflug. Guck mal, da hinten fährt Geier mit Pflug. er hat nicht geklappt das durchstechen dachte das passt besser ok dann fahren wir noch einmal mit weiß hier und die martha ist wieder da zum auto im lkw habe ich genau gesehen ich habe es voll aus der puste was los ja hauptsache abkommen doch ach so ich verstehe muss ich nicht mehr sagen nein ach scheiße schon wieder baum hier im weg aber matter ich bin gleich fertig ich habe gleich fällt fertig habe geschafft ja ja es gut so viel kurbeln am lenkrad habe ich noch nie gehabt am einstück ja wilde fällt ja ganz lang schon voll oder 57 prozent also ich mache diese drei noch reiner ganz komm ja und dann mache ich drei kreuzzeichen hier wenn ich hier mit durch bin ehrlich das ist nichts normal so an einem fertig so ich mache schon mal hier schläuche gabel ab ja so ich bin wieder drin war aber viel ertrag muss ich sagen 57 prozent für diese feld das ist gut das ist gut ist okay ne viel ertrage ist immer wichtig aber aufträge nicht viel geld bringen nur die die fracht die wir über haben ne ja das ist wichtiger da haben wir was übrig bleibt ach ich verbessere so na ich muss weiter rechts bleiben so ist glaube ich ganz gut abgelegt so dann koppeln wir das noch eben an gucken dass wir gedreht bekommen wieder und hoffe dass das diesmal passt das perfekte so damit würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und lasst ein like und ein abo da geht beim chaos farming vorbei lasst auch da die grüße da und bis dahin euer dakapo und ciao ciao